ich würde sagen wir mal noch ein bisschen und dann du könntest auch mal eine halbe stunde rocket league machen dann würde ich was sagen und steig mal um auf golf ja das heißt vier spieler noch market league und dann noch auf golf ja okay so dann weiter mit book wie du meinst ja kommen wir machen ja aber so wie es momentan läuft das ist eine katastrophe also das passiert aber jetzt kann auch nur bewegung du denkst du nicht wirklich dass beim normalen ballspiel im rang muss das besser laufen würde manchmal bei uns das war ich mich aber nicht von von links mit den dass die spiele nicht gefunden werden ja das stimmt ja dabei bei ranglos brauchst du auch einfach nur allerdings bleiben kriegst ja neue gegner zugeteilt das geht dann schneller und einfacher aber der modus hier hat was muss man echt sagen das ist ein sehr interessantes bier muss geschmack ich hätte gerne auch ein bier jetzt noch aber ich müsste zum auto runter als hier jetzt gut ist schade wenn er dem einer vorbeigegangen wäre ich mit durchgegangen ist ja 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 hab ihn schön den ersten konnte ich doch halten ja das ist auch ein paar unterschiedliche autofahrerkombination okay gut das ist ist aber aber auch doch 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 noch mal nachgegangen wieder hergegangen jawohl ich dachte ich mach mal schon mal so frei das ist eigentlich mit deinem weintrauben wieder stehen lassen nee warte mal sorry ja der kommt noch mal sorry ja schön geräusch das war weg das ist mein tor ich dachte ich dachte ich dachte ich dachte ich dachte aber er kommt noch mit ist mir gar nicht so der blau nicht so ganz Warte, 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 warte! Warte, warte, warte! Jetzt, jetzt, jetzt! Ja! die vorlage ich habe eine vorlage ja meiner war das war aber ihr euch zwei da beide reiten wird meine vorlage ich hab den so hingebracht du weißt doch baby und ich das gut kuscheln immer auf der 1 in welchem spiel wir haben uns lieb ich wollte aufs tor schießen aber babys hintern war im weg und ich kam nicht hin ich habe es auch noch was ich hin zu kommen aber war zu weit weg so sorry baby wir sollen mal hin zu bringen weg da irgendwie fast doch für zwei zwischen zur rechten zeit am richten hat er noch so eingegangen der hat sich so noch eingedreht drin ist drin ja ich dachte mir ich halte mich noch außen als alle irgendwie wieder da passiert der programm genau auf dich zu du hast ja aber ich habe gerechnet dass er durchgeht und ich habe die pfosten abprallt warte Nein! Oh. Habe ich da aber Glück gehabt. Yes! Drüber gelupft und dann selber reingemacht. Na klar. Wie man die Sachen gekriegt, wo man den Ziesenspass hat, ist gemein eigentlich. Ach, Mann. Da kommen sie echt noch mal hinterher, ne? Komm, Leute. Müsst du fest ich noch verlieren, irgendwie. Kamat! Die hat allen jetzt beide daneben gesprungen. Oh, der war gar nicht mehr so schlecht. Schön. Halt ein Tor. Einer Vorlage? Hä? Ja, die haben den sich selber noch reingemacht. Naja. Der war eigentlich gar nicht so gefährlich, aber hier haben sie es doch mal gemacht. Nein! Herzhaft. So schnell konnte ich nicht mehr reagieren, wie der auf einmal auf mich zugeplumpst kam. Ja. Wie? Bei Fuß können rein. Ja, da bin ich nochmal nachgegangen. 6,5, ey. Aber es sind spannende Spiele, die nicht läuft, ne? Ja, klar. Es geht halt hin und her. So, probieren wir es nochmal. Nein! Nein! Oh! Wer hat mich da nochmal angeschoben? Oh, Mann! Irgendeiner hat mich jetzt doch gerammt! Nicht nicht! Ich hab's doch irgendwie irgendwas versucht, da wir zu retten, aber... Er ist so genanlos durchgegangen, der Typ. 6,6, ey. Was ist das so ein Spiele? Ich hätte eigentlich das Ding vorne machen müssen, das ist alles. Ja, es ist halt doof, ärgerlich. Trotzdem. Leider nicht änderbar. Ich bin nochmal mitgegangen. Ich bin versucht irgendwie zu klären. Na, Kev! Oh! Baby! Nein! Ja, und sowas verlierst du dann wieder. Nein! Ich kam nicht hin! Ich fahr da übelst vorbei! Boah, ey! Das nervt! Mann, verpiss dich! Ich komm nicht hin! Ich komm nicht hin! Und solche Spiele verlierst du dann wieder, ey! Du führst 6,4 und kriegst das Ding nicht über die Linie! Gold 1! Ja! Ja! Abstieg! Silber 3! Ich kotz gerade an, ey! Ich kotz gerade an, ey! Das sind jedes Mal solche Kackspiele, diese engen Spiele! Die Vögel gibt es doch schon noch so! Die schubst du dann schon noch! Ich schubste eine mich auch noch dahin, ne? Hey, du hast doch spielst du so sauber im Griff! Ich bin doch kein Verräter, der eine Typ hat mich reingeschubst! Ja, keine Ahnung, das nervt mich gerade so ein bisschen! So kannst du das Spiel ja so viel verlierst du dann, ey! Naja, wieder was halt! Komm! Oh, sorry! Na, ist gut! Nichts passiert! Sorry! Ich bin übernehmen hier! Ich habe hier nur mitgenommen! Oh nein, ich habe Power genug! Oh, der... Ja, aber Leute, der könnte gehen! Er hat abgewehrt, ich kam nicht mehr ran! Schade! Ah, ich dachte, ich bin mit dem Verlänger, den noch von dir! Schön, ich will! Natürlich! Und natürlich steht da wieder einer natürlich ganz zufällig vorm Tor! Sehr klar! Warum kannst du solche Spiele nicht einfach mal gewinnen? Die ganzen engen Spiele, die haben wir bisher alle verloren! Natürlich! Hörendation! Hörendation! vite Emil! Nein! Das ist halt nicht vom Gegner. Natürlich. Warum man ja noch herkommt. Zwei Leute stehen vorm Tor und der geht trotzdem da irgendwie rein. Der ist mir genau auf die Nase gefallen. Der kam von oben und fällt mir auf die Nase. Nein, ich meine, rein von der Spielphysik verstehe ich nicht, wie das geht. Ja, na, das ist halt das Spiel, das sagt, wir sollen nicht gewinnen. Dann schenkt es halt dem Gegner so ein paar Dinger. Natürlich, die kriegen das irgendwie noch abgewehrt. Ja, genau. Sorry, ich muss den querlegen, weil sonst... Ohne Bootskampf ist halt schwierig. Warum zur Hölle passiert immer solche Scheiße bei uns? Klar, Pfosten. Warum auch nicht? Könnt ihr auch mal reingehen. Nein, nein. Warum auch... Das sind ja nur wir. Zumindest mal ein Tor. Die trifft doch noch ein Scheiß Forts, weißt du. Das war's. ich glaube ich habe rausgehauen oder ich war das ja habe ich jetzt nicht gewollt wenn er da liegen geblieben wäre am torpfosten das fall zu vier haben jetzt auch schon das 34 machen dann könnte man hat sich das ding und was reißen könnten aber ich glaube das wird schwierig werden okay das ist ein thema 17 sekunden noch kaum leute ich habe auch ein bisschen glück ja ich habe jetzt gebraucht 20 sekunden für 30 oder so kommen jetzt irgendwie das ding damit da hause nehmen also erstmals müssen die oberteilen gehen und dann hoffen dass wir mal ein glücker heilspiegel kam nein das gibt es doch nicht das gibt es nicht es ist natürlich wieder bock gelegt und sagt dann warte mal ihr könnt ihr vielleicht auch stuppern aber nein vor allem dass der nicht schon lange einfach verlängerung abgefüßen hat der warte ist unten der muss warten müsste den boden hat bei uns hat er nämlich im weggefüßen und hier sagt er dann kommen das zählt noch es ist zum kotzen dieses spiel manchmal das ist somit war nicht absolute phase weißt du kommst du an 0 4 kommt deswegen steigst du noch ab wegen solchen spielen weil ich das spiel eben auch nach 64 führung noch drei dinge gegner zuletzt hier kommst du auf 4 4 zurück und verlierst das ding quasi noch mit dem abpfiff